Die deutsche Regierung stimmt gegen ein Atomwaffenverbot. In der Generalversammlung der Vereinten Nationen wurden am 7. Dezember 2015 mit großer Mehrheit vier Resolutionen verabschiedet, die einem Verbot von Atomwaffen den Weg ebnen sollen. Erstaunlicherweise enthielt sich die deutsche Bundesregierung in den Abstimmungen über die Anerkennung der humanitären katastrophalen Konsequenzen von Atomwaffen sowie der Einrichtung einer Arbeitsgruppe, in der sich die Länder über die konkrete rechtliche Umsetzung eines Verbots austauschen. Bei den Resolutionen, in denen es um die ethische Verpflichtung zur Abschaffung von Atomwaffen ging, stimmte sie ebenso wie die Atommächte mit Nein. Hintergrund? In der Bundesrepublik Deutschland lagern US-Atombomben, die modernisiert werden sollen. Da stellt sich die Frage, zu wessen Gunsten? In diesem Zusammenhang zitiere ich den Kirchenlehrer und Philosoph Augustinus von Hippo. Nimm das Recht weg! Was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Meine Damen und Herren, 1968 haben 170 Länder der Welt den Atomwaffensperrvertrag beschlossen. Der sie dazu verpflichtet, Atomwaffen nicht weiterzugeben und diese abzurüsten. 1997 haben 193 Länder die Chemiewaffenkonvention unterschrieben. Diese Konvention verbietet die Entwicklung, die Herstellung, den Besitz, die Weitergabe und den Einsatz chemischer Waffen. Israel hat weder den Atomwaffensperrvertrag noch die Chemiewaffenkonvention mitgezeichnet. Das schwedische Stockholm International Peace Research Institute, das Rüstungsgeschäfte auswertet, hat 2013 den sogenannten Sibri-Report vorgelegt und sagt darin aus, dass Israel im Besitz von bis zu 80 nuklearen Sprengköpfen ist. Andere Berichte nennen wesentlich höhere Zahlen. Über genaue Angaben schweigt sich die Staatsführung Israels jedoch aus, ebenso über ihre Chemiewaffen. Meine Damen und Herren, helfen Sie mit, solche verschwiegenen Fakten ins Bewusstsein der Völker zu holen und entsprechende Fragen aufzuwerfen. Von der Öffentlichkeit unbemerkt laufen die Vorbereitungen für einen militärischen Konflikt der NATO mit Russland weiter auf Hochtouren. Überschattet von den inländischen Problemen durch die Flüchtlingskrise, dringt das Ausmaß der Provokationen gegen Russland und die kontinuierliche Aufrüstung der NATO nicht mehr an die Ohren der Bevölkerung. Hierzu die vier gewichtigsten Beispiele. In der Zeit vom 28. September bis 6. November findet die NATO-Übung Trident Juncture statt. Insgesamt trainieren dabei 36.000 Armeeangehörige aus mehr als 30 Nationen mit ca. 160 Flugzeugen, 60 Schiffen und U-Booten sowie Tausenden von Fahrzeugen. Unter Einsatz der vorrangig aus Bundeswehrangehörigen bestehenden Speerspitze der NATO-Eingreiftruppe ist es das größte Manöver des westlichen Militärbündnisses seit 2002. Generalleutnant Rossmannit erklärte die Bedeutung dieses Manövers so. Wir senden die Botschaft aus, die NATO ist das stärkste Militärbündnis der Welt. Von Tiden Juncture gehen unmissverständliche Signale der Handlungsfähigkeit, der Aktionsfähigkeit und des Zusammenhalts des Bündnisses aus. Und die wichtigste Botschaft lautet, jeder sollte sich gut überlegen, wie er mit uns umgeht. Diese Botschaft ist derzeit unmissverständlich vor allem an Russland gerichtet. Und Russland wiederum ist derweil nicht untätig. Am 14. September begann das russische Manöver Center 2015. Eine Woche zuvor wurden übungsweise und ohne vorherige Ankündigung alle Kräfte des zentralen Wehrbezirks sowie die Luftwaffe, die Luftlandetruppen und die Transportfliegerkräfte aus ganz Russland in erhöhte Kampfbereitschaft versetzt. Allein schon an dieser Übung, mit der das Center 2015 Manöver vorbereitet wurde, nahmen rund 90.000 Mann sowie mehr als 7.000 Kampffahrzeuge und etwa 170 Flugzeuge teil. Das eigentliche Manöver, wie inzwischen gemeldet wurde, umfasst 95.000 Soldaten an 20 Orten. Und als wäre die Lage nicht bereits genug eskaliert, beginnen in diesen Tagen auf dem Bundeswehrflieger Horst Büchel in Rheinland-Pfalz die Vorbereitungen für die Stationierung neuer amerikanischer Atombomben. Und dies geschieht mit Duldung von Kanzlerin Angela Merkel. Sie setzt sich damit einfach über den vom Deutschen Parlament im März 2010 mit breiter Mehrheit gefassten Entschluss hinweg. Die Bundesregierung soll es sich, Zitat, gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einsetzen. Auch im Koalitionsvertrag von Union und FDP hatte die Bundesregierung 2009 den Abzug der Atomwaffen aus Büchel zugesagt. Doch nun belegen US-Haushaltspläne genau das Gegenteil, berichtete das ZDF-Magazin Frontal 21. Rüstungsexperten bestätigen, dass die dort zur Stationierung vorgesehenen taktischen Nuklearwaffen vom Typ B61-12 wesentlich zielgenauer seien als die bisherigen Bomben. Zudem sollen im Kriegsfall deutsche Tornadopiloten im Rahmen der NATO-Strategie der nuklearen Teilhabe Angriffe mit US-Bomben fliegen können. Diese Teilhabe sieht vor, dass NATO-Staaten zu Atommächten werden. Ein weiterer Baustein der Eskalation zeigt sich in der Vollausrüstung der deutschen Eurofighter im Baltikum. Das bedeutet, moderne Kampfflugzeuge fliegen mit voller Kriegsbewaffnung an der Grenze zu Russland entlang. Sarah Wagenknecht, stellvertretende Fraktionschefin der Linkspartei, verurteilte diese Eskalation und Provokationen scharf. Das sind brandgefährliche Kriegsspiele, die die Kriegsgefahr für ganz Europa erhöhen. So Frau Wagenknecht gegenüber der deutschen Presseagentur. Wer vollbewaffnete Eurofighter nach Osteuropa fliege, habe offensichtlich den Verstand verloren. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova, kommentierte die NATO-Strategie der nuklearen Teilhabe wie folgt. Uns beunruhigt, da Staaten, die eigentlich keine Atomwaffen besitzen, den Einsatz dieser Waffen üben. Und zwar im Rahmen der NATO-Praxis der nuklearen Teilhabe. Das ist eine Verletzung der Artikel 1 und 2 des Vertrags über die Nichtverbreitung von Atomwaffen. Zusammenfassend lässt sich sagen. Die Provokationen der NATO-Staaten gegenüber Russland gleichen einem Zündeln am Pulverfass. Es wird vordergründig vorangetrieben von Politikern, die selbst den Krieg nur aus dem Pfand sehen können. Es ignoriert die bitteren Erfahrungen in Europa, dass im Krieg letztendlich alle verlieren. Ergätten sei darauf hingewiesen, dass die europäische und russische Bevölkerung mit nahezu absoluter Mehrheit keinen Krieg will. Als Kriegstreiber erweist sich lediglich die US-Regierung bzw. die dahinter stehenden Fädenzieher der Hochfinanzwelt. Also auch hier nicht der amerikanische Normalbürger. Dies ist absolut wichtig zu wissen. Nämlich, dass es nur äußerst wenige höchstkriminelle Menschen sind, die Völker in ihrer Unwissenheit und Arglosigkeit gegeneinander aufhetzen. Durch ihre gekauften Politiker im Verbund mit den ebenso von ihnen gekauften Medien. Schauen Sie sich hierzu auch unsere Dokumentation Instrumentalisierende Kriegsführung vom 29.08.2015 an. Guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv Klagemauer.tv Nichtgläsene Bürger, gläsene Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Klage dove. Klage er lava. Klage bin Leher. Kraut. Klage bin Leher.